Heute in der Studiosendung haben wir das Thema Boxplay, habt ihr gewusst, dass ihr über 104 Minuten im Boxplay bei 4 gegen 5 um Eis gestanden seid und damit der Mann in der Nester League, der am längsten in dieser Situation, in dieser Special Situation ist, auf dem Eis gestanden? Nein, dem haben sie nicht, aber es war uns allen klar, dass wir sicher nicht das beste Special Team sind, so wie Boxplay, so wie Powerplay, dass wir eigentlich mehr daran arbeiten müssten. Es ist noch schwierig umzusetzen, man kann so viele Statistiken anschauen, wie man will, wenn man das auf dem Eis nicht richtig ausführt, wird es schwierig. Heute ist es leider auch wieder so gewesen. Was macht Lari Leger im Boxplay unverzichtbar für einen Coach? Man versucht sicher so einfach zu halten wie möglich. Schissblocken, nicht zu kompliziert sein, systemtreu spielen, das reicht eigentlich schon. Lari Leger, danke.